Hallo Könnt ihr mich hören? Das tappt doch davon, wenn wir hier so neumodischen Mist wieder machen, Mann Ah, bei mir jetzt, jetzt Jetzt, jetzt heard ich euch gehört, ich heard mich auch gehört Ihr müsst eure Mikros stumm schalten und immer nacheinander Oh nein, wo ist denn Doris jetzt? Doris, Doris, muss die Kamera machen Mädels, irgendwann stimmt mit meiner Kamera nicht so, wie könnt ihr mich sehen? Mann Nein, jetzt ist Conny rausgeflogen sind jetzt noch wie bäder war ja ja schön